Willkommen zurück zu Final Fantasy 10.2. Es geht weiter, nachdem wir hier endlich die Donnersteppe hinter uns haben. Geht es zurück zum Flugschiff. Wir haben viel Mathe gemacht und dadurch viele Belohnungen bekommen. Und die schauen wir uns jetzt in aller Ruhe an. Also dieses heute wird so ein Item-Management-Part ein bisschen neu rumsodieren etc. Das ist bitter nötig. Kann schon gut sein, dass das wirklich den ganzen Part dauert. Vielleicht schnuppern wir noch kurz in den Makrelania-Wald rein, aber versprechen würde ich das an dieser Stelle nicht. Also, beginnen wir einfach mal... Ja, mit was beginnen wir eigentlich? Mit den Kostümpaletten. Da sollten wir vielleicht mal gucken, was ist denn da momentan so Neues dazugekommen. Ich fange mal von unten an, weil von unten wahrscheinlich schönere Sachen dabei sind. Hier haben wir ganz viele Schutzdinger. Nervenschutz, Nervenschutzschleife könnten wir uns hier basteln. Allerdings ist der Kostümwechselweg dafür sehr, sehr groß. Also Statusschützenden. Verhindert Exp-0, wenn man dies anlegt. Und AP-3-fach. Ist eigentlich cool. Allerdings habe ich persönlich jetzt nicht so Bock drauf, in jedem Kampf drei Kostüme zu wechseln, muss ich ehrlich sagen. Nur um das zu bekommen. Unbeirrbarkeit hat nichts, dafür eben, ne? Ist halt für das Spezialkostüm, damit man das schnell erreicht. So, erlernte Weißmagie ist benutzbar. Und Schutzengel. Das ist gut, eigentlich. Weil die Weißmagie, dass die einfach mal geht, ohne dass man das Kostüm gewählt hat. Das ist für Riku eigentlich interessant. Ich glaube, ich werde Riku den Lebensretter geben. Ja, das werde ich tun. Deswegen füllen wir den mal mit Rikus Skills. Und zwar haben wir da natürlich den Dieb. Der Dieb, ähm, kommt in die Mitte, würde ich vorschlagen. Obwohl, ne, er kommt außen hin. Der Weißmagier, der muss ja dann im Grunde da gar nicht rein. Ähm, deswegen Glücksspieler. Dann hier hin. Festbesucher hat sie ja auch gelernt. Das kontrolliert in die Mitte und dann haben wir eins noch frei. Äh, was hat sie denn noch gemacht? Hä, Festbesucher hatte ich doch gerade reingemacht. Wieso ist denn das noch weiß? Ähm, jetzt bin ich verwirrt. Ich kann, ach, ich kann zwar immer das gleiche? Ne, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Egal, ähm, Diva, Berserker, sonst hat sie noch gar nichts gelernt. Okay, dann müssen wir uns die Frage stellen, was soll sie denn noch lernen? Ähm, Itemschütze, Zauberschütze, Schütze ist Yuna. Krieger, Samurai, Berserker ist Pain. Schwarzmagier eigentlich schon, ne? Ja, Schwarzmagier an der Stelle. Wenn sie es nicht eh schon, ne, sie hat es noch nicht gelernt. Gut, insofern passt das für Riku also. Ich werde es ja auch gleich geben. Ihr könnt mir natürlich auch Feedback, äh, zu dem geben, was ich hier gerade bastle. Ähm, vielleicht denkt ihr euch, ach ne, das ist jetzt aber doof. Oder probiert doch lieber mal die und die Kombo. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal das hier reinmachen, Kostümsfriorit. Genau, du bleibst natürlich weiterhin die Glücksspielerin, die wir momentan noch lernen. So, also das war's, dazu kommen wir später. Nochmal zurück zu den Kostümpaletten. Da haben wir noch ein paar. Okay, weiter geht's mit Kampfeswille. Doppel HP, Doppel MP. Mhm. So, hier haben wir die Meisterkunst. Kürzere Vorbereitungen in Schwarz-Weiß-Magie und Hexerei-Test. Interessant, aber eigentlich unbrauchbar. Ähm, erlernte Schwarzmagie. Hier, jeweils Magie plus 15, Schwarzmagie, äh, kürzere Vorbereitungen. Das ist eigentlich voll cool für einen Schwarzmagier. Allerdings, schaut euch mal, äh, die Palette an. Man muss da unglaublich viel wandern. Äh, gut, in der Mitte nicht unbedingt, aber außenrum halt. Da hat mir die Weiß-Magie-Version besser gefallen, muss ich ehrlich sagen. Hexerei-Test benutzen wir ja noch nicht wirklich. Hier, die erlernte Schwert-Tesch wird angelegt. Jeweils Angriff plus 15, Schwer-Tesch, kurze Vorbereitungen. Ist halt auch wieder so eine Sache, die ich kaum benutze. Kämpferstolz, aber wir merken uns das. Eventuell werden wir das Pain geben. Zauberabwehr brauchen wir jetzt nicht. Fest wie Felsen. Von vornherein Abwehr plus 10. Mhm. Magie höher. Das ist doch mal geil. Wundenschließer, HP-Generator und Regener. Außerdem Autoregener. Und Wittger. Und ehrlich gesagt, das Autoregener für eine relativ kleine Wanderung. Das überlege ich mir fast für Juna. Das behalte ich mal im Kopf, den Wundenschließer. Hier haben wir das heilende Licht. Aber gut, wir haben ja Weiß-Magie angelegt, müssen wir immer dran denken. Deswegen werden wir das nicht unbedingt brauchen. Genauso wie die Wiederbelebung. Die wird auch nicht mehr gebraucht. Heil-Länder-Wind auch nicht mehr. Absorber ist nicht so meins. Autopotes, wenn man einmal die Klasse wechselt. Eigentlich nett. Aber ist mir fast schon ein bisschen zu wenig. Genauso wie Autoshell. Angelegt, Konfus, tobender Gigant. Aber wenn man einmal wandert, Konfus, Schutz, Konfus, Schlag. Also, na, was soll denn das? Angelegt, Stumm, Blind. Nein, braucht man nicht. Schlaf, Bio. Der Ganze interessiert mich nicht. Der Sog interessiert mich nicht. Dafür gibt es Accessoires. Nein, nein, ich glaube, da kommt nichts mehr. Jetzt kommen die ganzen, ähm, ja, das hier, Abwehr. Na, aber ich weiß nicht. Plus 15, plus 10, ja, die schlechtere Variation. Hier das Ganze nochmal mit 15 Angriff, 10 Angriff in die ersten Schritte. Na gut, dann würde ich sagen, nehmen wir doch das, was uns ein bisschen angelächelt hat. Und das war der Wundenschließer für Yuna. Soll bedeuten, dass wir hier erstmal die ganzen Schützen reinmachen. Ja, Yuna, was kriegst du noch? Die Diva wahrscheinlich. Und, äh, mehr noch nicht im Grunde. Ich lasse das Feld da oben mal frei. Das geht ja trotzdem, denke ich mal, ne. Ausrüsten, Yuna. Auf zum Wundenschließer. So, und natürlich bleibst du leider immer noch der Itemschütze. Der ist da drüben. So, da, da. Okay. Dann haben wir gesagt, bei Pain. War ein bisschen weiter unten. Hat mir jetzt zwar nicht so 100% gefallen, aber... Ähm, warum eigentlich nicht? Das haben wir anscheinend auch schon mal benutzt. Sonst wären da ja keine Dinger drin. Wir werden es trotzdem neu anordnen. Also, der Krieger ist schon drin. Dann möchte ich noch den Samurai haben. Alles erstmal außen herum. Ansonsten gibt es da auch noch nichts, was, äh, Pain lernen soll. Deswegen lasse ich den Rest mal frei. Also, Kämpferstolz. Somit zu Pain. Äh, hat sie schon an. Super. Hat sie schon die ganze Zeit an. Na gut, dann haben wir ja nichts falsch gemacht. Äh, Berserker. Klar, gut. Dann kann das alles so bleiben. Jetzt gehen wir rüber zu den Accessoires. Bevor wir aber zu den Accessoires gehen, äh, würde ich gerne mal kurz zu meinen Gruppenmitgliedern. Da sind nämlich noch meine, ähm, ja. Klar. Ich will gucken, dass die keine Accessoires in sich haben. Deswegen, ich muss mal kurz Wolfi zockt, den Nerochrom und den Alexander Wagner hier reinhämmern. Und gucken, dass die auch nichts haben. Nein, ich will euch nichts geben. Ich will nur gucken. Genau, hier zum Beispiel. Raus mit. Ich weiß, dass wir genug von den Kristallreifen haben, aber ich will hier mal Ordnung haben. Ein für alle Mal. Ablegen. So, und das nächste Mal werde ich das, äh, so rum machen. Äh, geht gar nicht. Ich kann, wenn ich jetzt nach oben drücke. Okay, dann drücke ich eben mit R2 schneller runter. Ablegen. So. Ne, das war's, Nerochrom. Du solltest gar nichts haben. Verstehst doch. Oh, ich muss ihm irgendwas geben. Na gut, dann kriegst du halt da. Aber du kriegst kein Accessoire. So. Ja, da ist mir egal, was ihr seid. Das werde ich im nächsten Monsterpart sowieso wieder anpassen. So. Wer hat, wer, wir haben mich jetzt noch nicht gedrückt. Gecheckt. Moment mal. Nochmal. Ausrüstung. Habe ich euch alle gecheckt hier. Ach, hier kann ich sie einzeln anwählen. Das geht doch. Ich muss euch gar nicht in die Gruppe hauen. Okay. Gut. So. Die, Wolfizok, Nerochrom hat nichts. Der Rest hat nichts. Nochmal checken. Hier, Millie hat nichts. Alles klar, ihr seid alle leer. So wollte ich das haben. Jetzt wieder die Gruppenmitglieder anpassen. Alle entfernen. Ups. Äh, Juna. An erster Stelle. Riku. Und hier jetzt Pain. So. Okay. Haben wir schon mal was geschafft. Jetzt gehen wir rüber zu... Nein, wir sind noch nicht fertig. Jetzt gehen wir rüber zu den... Äh, ganz kurz zu den Abilities. Aber nur um zu checken. Ihr lernt noch. 56%. Jawohl. Das Elixier für 999. Meine Fresse. Ist aber das Letzte. Immerhin. Okay. Ähm. 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 Bei Riku, der Glücksspieler. Da läuft momentan das Glücksrad. Da läuft momentan das Glücksrad. Wunderschöne Sendung. Ähm. Pain. Berserker. Ausweich konnte er immer noch. Aber darauf freuen wir uns alle. Okay, gut. Also, Abilities sind noch aktiv. Dann geht es jetzt rüber zu den Accessoires. Mit der Schleife haben wir nichts falsch gemacht. Die lassen wir definitiv drin. Wobei, ich würde vorschlagen, wir geben das lieber mal Riku. Weil Riku ist unsere Weismagierin. Damit die geschützt ist. Und, äh, Monsterschreck kommt jetzt auch wieder raus. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal in aller Ruhe um. Bevor wir uns in aller Ruhe umgucken, möchte ich die Items anordnen. Das ist ein furchtbares Durcheinander. Also, erstmal... Nein. Ordnen. Auto. So. Aber das gleiche würde ich auch gerne bei den, ähm... Accessoires machen. Wenn ich dürfte. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Accessoires. Ja, genau. Ordnen. Und jetzt können wir uns hier mal in aller Ruhe durchstöbern. Also, Juna. Der Monsterschreck soll raus. Wir fangen von oben an. Also. HP plus 20%. 40%, 60%, 100%. 100%? Also, kann man sich eigentlich mal überlegen, ne? Einfach mal doppelte HP. Naja, erstmal weitergucken. Das gleiche auch für MP. Das gleiche für Angriff, Abwehr, Magie, Zauberabwehr, Angriff plus Abwehr und Magie plus Zauberabwehr. Er addiert Hitze, Hitze, Schäden, Hitze, 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 Kälte, 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 Strom, 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 Nässe, Nässe, Nässe. Gewicht, Hitze, Strom, Nässe. Jetzt kommen die ganzen Kombos. Halbiert das Ganze hier. Und Sturm, Sturm, Schocker, jetzt gehen die ganzen Schocker los. Gift, Konfu, Stopp, Tod, Stein, Statusschutz, Sturm, Blind, Gift, Konfu, Tobsucht, Fluch, Null XP, Stopp, Sturm, Blind, Gift, Schlaf, Tobsucht, Stein, Tod. So, jetzt kommen die Not-Dinger, Not-Regener und Not-Hast. Und jetzt wird es langsam interessant. Anhaltender Shell zum Beispiel. Anhaltender Brotest. Anhaltender Reflex. Anhaltender Regener. Ugi-Test, das ist was für Dingens. Radau-Test. Für Berserker. Bei Feinkontakt wird sofort gehandelt, Hast verfügbar. Hast verfügbar. Das ist gut. Also Auto-Hast, ne? Hast verfügbar. Ne, ne, ne. Zauber-Hast verfügbar. Befürchte ich. Ja. Schade. Doppel-MP-Zufuhr. Verhindert Fassade-Zustandsveränderungen. Ja, die Schleife halt. Ähm. Jetzt kommen die goldenen Sachen. So, das ist auch schon in Benutzung. Schade. Also so krasses Zeug gibt es hier leider gar nicht. Doppelte MP-Zufuhr. Achso. Erhöht die Zauber. Zauberwirkung. Okay, wir zaubern ja nicht wirklich mit ihr momentan. Ähm. Fest. Keine Krone. Das ist drei Krone. Ich habe jetzt sofort. Radau-Test. Na, das ist alles nichts für mich. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wie wäre es denn mit allen haltendes Regener? Ne, obwohl. Doch. Doch. Ja. Nehmen wir mal Regener bei ihr. Sie hätte noch ein Plätzchen frei. Und komm, dann geben wir ihr mal ein Kristallreif. So. Damit sich das lohnt bei ihr. So. Jetzt hier Gewaltenband hat Riku schon an. Das ist gut. Weil sie ist unsere Weißmarkerin. Die muss beschützt werden einfach. Ähm. Das heißt jetzt mit der Hypnokrone, die kommt raus. Jetzt gibt es hier noch den... Ähm. Was wir ja vorhin gesehen haben. Dann hat halt Riku die richtig geilen Items. Zweimal in Gold. Schick. Gut. Und was bleibt da für Pain übrig? Ähm. Oh ja. Da müssen wir... Also ganz ehrlich, sowas muss hier mal raus. Das ist ja furchtbar. Die hat halt schon 3-7. Die ist ja momentan Berserger. Dann soll sie doch auch ihr besonderes Item bekommen. Ähm. Radautest des Bersergers verfügbar. Ich weiß gar nicht genau, was das jetzt ist. Oder Radautest. Oder hat sie das jetzt... Ach ne. Wenn sie jetzt kein Berserger wäre, hätte sie die Radautest. Das heißt, es ist eigentlich sinnvoller, ihr das Ogi-Zeugnis zu geben. Weil die Samurai damit sie beides nutzen kann. Ja, ne. Sehe ich doch richtig. Gut. Außerdem wäre so ein anhaltender Protest auch sehr, sehr sexy für sie. Okay. Ja Mensch. Das ging jetzt eigentlich schneller als gedacht. Ich überlege gerade, ob wir noch was machen können. Wir können mal beim Monster gucken. Was ist da... Achso, ja klar. Das sind die Monster gemeint. Äh. Gruppenmitglieder. Kostümsferruin. Haben wir ja jetzt auch im Grunde gecheckt. Ähm. Ja. Genau. Also es war's. Abilities. Kostümpalette. Ausrüstung. Weiß mal die. Mensch. Ja. So anstrengend war das doch gar nicht. Und so lange hat das auch nicht gedauert. Jetzt haben wir nämlich noch... Obwohl. Ja gut. Wir haben bloß den ganzen Part gebraucht. Sehe ich gerade. Aber egal. So 10 Minuten gehen noch. Gut. Prima. Dann. Nochmal kurz überlegen. Wir haben alles gecheckt. Wir könnten noch ganz kurz die Items uns angucken. Ob da noch was Spannendes war. Was wir nicht kennen. Beide Gütes sind das Items. Boah. Ne. Aber da ist auch nichts Neues. Oder Spannendes jetzt mehr da. Was wir auch so nutzen könnten. Das sind alles nur ganz normale Items. Okay. Ne. Prima. Dann würde ich vorschlagen. Gucken wir doch noch in den Makellania Wald rein. Das dauert heute ungewöhnlich lang. Aber das sind wir. Also. Makellania Wald. Die Liste wird weiter abgearbeitet. Wir stehen bei 85% in Kapitel 5. Und es nimmt kein Ende. Der Wald schwindet. Der Wald droht zu verschwinden. Wird denn wirklich alles verloren sein? Tut mir das nicht an. Bitte. Das schönste Gebiet des Spiels meiner Meinung nach. Kann nicht einfach so verschwinden. Mal gucken. So. Da sind wir nun. Ich werde jetzt das ganze Gedöns auch speichern. Ist, dass irgendwas schief geht. Und wir das nochmal alles einstellen dürfen. So. Und dann schauen wir mal, was hier los ist. Ich überlege gerade, welchen Weg wir gehen. Ich würde vorschlagen, jetzt erstmal den längeren. Beziehungsweise erstmal den ganz kurzen hier. Mal schauen, ob wir irgendjemanden treffen. Und wenn nicht, dann machen wir eben mal ein paar Gegner, um den Part zu füllen. Und das nächste Mal werden wir dann so richtig hier voranschreiten. Wo auch immer. Ob Jeven oder Liga, so langsam ist mir alles gleich. Das ist doch mal eine gesunde Einstellung. Im Bewell scheint es ruhiger geworden zu sein. Hier ist es so ruhig wie eh und je. Wunderbar. Das will man hören. Ich glaube, einen Schritt darf ich noch laufen. Dann werden wir schon im Bewell. Ich werde den Übergang zwischen Wald und Bewell-Tempel nie verstehen. Aber okay. Ja, da hinten wird jetzt Bewell kommen. Dann können wir wieder zurück. Dann schauen wir hier noch. Da kommt ja dann gleich die stille Ebene. Da wollen wir auch noch nicht hin. Aber erst mal hier noch an markante Plätze, die wir einfach nicht vergessen dürfen. Hier zum Beispiel. Na gut, das war jetzt nicht so ein spannender Platz. Total leer geräumt. Früher waren hier immer Leute, ne? Aber egal. Ach ja, die Quados sind ja jetzt wieder zu Hause. Folglicherweise rennen sie hier nicht mehr rum. Im Wald wird es ruhiger. Vielleicht will er ja genau deswegen schwinden. Aber das kann er doch nicht tun. Ja, hier. Das meinte ich natürlich mit markanter Stelle. Ja, wunderschön. Okay. Da hinten wird es zur stillen Ebene gehen. Deswegen ab zurück mit uns. Ich weiß jetzt nicht, ob auf dem Kristallpfad oder auf dem normalen Pfad was passiert. Es ist nur klar, irgendwo muss was passieren. So, bis jetzt noch keine Gegner. Was liegt denn da? Achso, das war so eine Sphero-Network-Dingsbums. Kennen wir ja schon. Ähm, es kommt mir fast so vor, als hätte ich noch Monster-Schreck drin. Nein. So, die altbekannten Gegner. Ähm, ich habe jetzt nichts Neues für euch. Glücksspiel? Ne, da kam nichts Neues dazu. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, auch die OG-Tests. Da war aber nur der Lichtspiegel drin. Er leitet Schaden, Schaden bei wenig HP. Großer Schaden bei wenig HP. Okay, dann können wir uns das gerade sparen. Und hier sind natürlich unsere Radar-Aussachen drin. Aber wir haben das alles schon einmal getestet. Und bei Yuna gibt es sowieso nichts Neues. Das heißt, jetzt wieder Dauer-Igsen und Truff-Kloppe. So, wie wir es am besten können. Und so, wie es auch am effektivsten ist, wie man sieht. Wir sind hier den Gegnermassen immer noch überlegen mit Level 61+. Kein Wunder. Läuft einfach bei uns. Und stellt euch mal vor, ich würde jetzt hier die Kostümpalette mit dem Triple-AP durchgehen. Nur um Triple-AP zu bekommen, dann mache ich lieber dreimal Gegner. Das geht schneller. Wie hier jetzt groß mit dem Kostüm rumzuwechseln. Gut, ich könnte die Animation des Kostüm-Wechsels noch auf kurz schalten. Aber nein, dann hätte es kein Flair. Und zwei Sphäromassen auf einmal haben übrigens auch kein Flair. Okay. Mal gucken, wie sie drauf sind. Aber wir erinnern uns an Kapitel 1, 2. Sphäromasse. Ich. Angst, Fliehen. Hilfe. Und wer weiß. Das könnte diesmal genauso ablaufen, wenn ich auf den Schaden gucke. Immerhin haben wir... Oh, 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 oh. Das ist ja mal wieder richtig hässlich mit euch, Leute. Eigentlich kein Aua-Aua mehr. Okay. Ich weiß nicht. Da muss ich jetzt wieder... Oh, ich hasse diese Viecher, ne. Die machen ja wenig Schaden im Grunde. Aber wir auch. Wir müssten eigentlich mit Magie agieren. Ich habe voll keinen Bock. Aber werde ich wohl müssen. Sonst dauert das ja ewig. Ich warte jetzt mal, bis Riku dran ist. Aber dann weiß man auch immer nicht, welche Magie. Und jetzt ist die Gruppe schon wieder halt tot. Boah, ich habe keinen Bock. Ich glaube, ich haue ab. Obwohl. Die eine ist schon kaputt. Na gut. Wenn die so wenig aushalten, dann meinetwegen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir hier... Ähm, noch schnell, äh, Riku... Na gut, dann brauchen wir eigentlich auch keinen Schwarzmagier. Wenn das so schnell geht. Ist zwar nervig. Wir können aber trotzdem mal gucken. Ich weiß gar nicht. Haben wir Riku Schwarzmagier schon fertig gehabt? Oder noch gar nicht angefangen? Ich bin mir gerade unsicher. Was wir... Obwohl, ich befürchte, er hat noch gar keinen Schwarzmagier gemacht. Das sieht übrigens richtig heiß aus. Gefällt mir. Schatz, ziemlich klassisch so. Das typische Schwarzmage... Äh, Blackmage, äh, Kostüm. So ein bisschen zumindest. Schwarzmagier, ja, das habe ich befürchtet. Da ist nämlich nicht viel zu machen, Riku. Hat sie noch nicht gelernt. Dann können wir uns das auch schenken. Interessant, ne? Dass wir, ähm... Achso. Sehr praktisch, äh, wollte ich sagen. Dass wir gleich hier rüber können, über die Ecke. Anstatt auf zwei Berufe wechseln zu müssen. Das finde ich ziemlich cool. An diesem... An dieser Palette. Gut, aber wie gesagt, jetzt haben wir den Schwarzmagier halt mal kurz gesehen. Das wird wohl das nächste sein, was wir mit Riku anpeilen. Und... Dann, äh... Ja, machen wir den jetzt doch auf physischem Wege blatt. Hat ja dann doch ganz schnell geklappt. Ich hab jetzt gedacht, die hätten deutlich mehr. Ja? Genau. Zocken geht immer. So. Pain, dir geht's nicht gut? Aber ich glaub, die Masse ist schon... Nee, die Masse ist noch nicht kaputt. Egal, wir kloppen jetzt weiter drauf. Ja, wegen dem Bisschen, ne? Fang ich jetzt nicht hier groß an. Die sind eigentlich nicht schwer. Die waren mal schwer. Keine Frage. Aber die haben sich nicht gut weiterentwickelt. Wir schon. So. Nessering. XX. Weiter geht's. Äh... Ja, ich weiß. Pain muss geheilt werden. Mach ich im Kampf. Ups, da ist ne Kiste. Polaring. Klingt langweilig. Gucken wir uns nicht an. Einfach so. Wird schon kein High-End-Item sein. Oh, da kommt der nächste Gegner. Diesmal ist jetzt angenehmerer. Ähm... Ja, wer heilt sie denn? Weiß-Magie. Vietka. Pain. Ist es so schön, dass wir wieder Weiß-Magie haben? Wir hätten schon die ganze Zeit haben können. Aber nö. Wir lassen ja die Uralts-Paletten drin. Ist das cool. Im Grunde so, wie damals, ne? Bei FF5-Doppelklassensystem. Ein Beruf, zweite Klasse noch aussuchen. Passt. Macht Spaß. Kann man sich richtig individuell so... Ähm... Reinhauen. Und jetzt kommen wieder diese nervigen Wassermassen. Zu zweit sind sie durchaus eine Gefahr. Ich meine, einer schlägt sie runter auf eins, der andere killt sie. Jetzt haben sie auch noch einen Hinterhalt. Werden sie garantiert zu dieser Kombo kommen. Aber wie schön, dass Riku ja alles geheilt bekommt. Egal welches Element. Das heißt, Riku ist eigentlich unzerstörbar. Weil physischen Schaden haben sie nichts Tödliches. Ich kann das eigentlich total chillig angehen. Hehehehe. So. Ja, da hat sie sich auch gleich hingelegt. Das ist die Kombo, die ich meinte. Aber wir werden das gleich wieder korrigieren mit... Nein, nicht mit dir. Sondern mit dir. Weiß Magie. Engel. Machen wir doch Erzengel. Dann sind wir wieder voll. Okay, das bringt bei der Masse gerade so gut wie nichts. Weil die ja wieder auf eins runter schlägt. Aber egal. Einfach, weil wir es können und weil es gut aussieht. Und wenn sie nicht mehr getroffen wird, dann ist es sowieso gut. Ich glaube, wir können jetzt mal wenigstens eine killen. Dankeschön. So. Haben die eine lange... Tötungsanimation? Warum auch immer. Ich weiß, damals war es ein Boss im ersten Teil. Aber hier... Ja, auf mich kannst du ruhig draufgehen. Das ist mir sowas von Palle. Kannst mir eh nix. Gut, dann sind wir eigentlich für diesen Part schon durch. Hat jetzt halt nicht so viel gebracht. Weil wir halt viel managen mussten. Aber... Wir haben jetzt schon gesehen, dass es nur zum Vorteil war. Das wird so weiter gehen. Garantiert. Gut. Wasser, Masse. Adieu. Und wir erfreuen uns wieder über ein bisschen mehr Erfahrung. Und werden genau an dieser Stelle morgen weitermachen. Warte mal. Ich gehe noch da ein bisschen hoch. So. Kurz vor... Obwohl... Ne, kommt das Stück. Laufen wir noch. Nein! Na gut, Leute. Den Gegner. Obwohl... Na komm, die sind ja so schnell umgekloppt. Die kann ich jetzt auch noch mit am Support nehmen. So. Im kurzen Moment soll es jetzt nicht scheitern. Du kriegst noch einen Wittgariku, bevor es zu spät ist. Wohl. Und... Beside des Todes. Gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal dann. Wenn es wieder heißt... Let's play Final Fantasy X-2. Bye. 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 Vielen Dank.